Wilhelm von Humboldt Brief an Friedrich Schiller Rom, 27. August, 1803, Sonnabend Ich schreibe Ihnen, lieber Freund, mit wehmütigem Herzen. Ich kann sagen, dass mich, seit ich lebe, jetzt das erste Unglück betroffen hat. Aber der erste Schlag ist auch fast der härteste, der mich je hätte treffen können. Unser ältester Sohn, Wilhelm, dessen Sie sich vielleicht dunkel erinnern, ist uns plötzlich an einem bösartigen Fieber gestorben. Das arme Kind war kaum einige Tage krank. Auf einige leichte Fieberanfälle folgte plötzlich ein heftiges Nasenbluten. Wir waren auf dem Lande in Laritschia, aber zufälligerweise hatten wir und haben wir einen deutschen Arzt bei uns. Einen trefflichen Menschen, von außerordentlicher Kenntnis und Erfahrung, dem teilnehmendsten Gemüt und doch der größesten Besonnenheit und Ruhe. Dieser, er heißt Kohlrausch und ist ein Hannoveraner, tat, was er konnte, aber die Gewalt des Übels war zu heftig und in kaum 36 Stunden lebte er nicht mehr. Sein Tod war sanft, sehr sanft. Er hatte fröhliche Fantasien, litt nicht und ahndete nichts. Er liegt jetzt bei der Pyramide am Scherenberg, von der ihn Goethe erzählen kann. Ich habe mit diesem Kinde unendlich viel verloren. Unter allen, die ich habe, war er am liebsten um mich. Er verließ mich fast nie. Vorzüglich in den letzten Monaten beschäftigte ich mich regelmäßig mit ihm. Er ging immer mit mir spazieren. Er fragte nach allem, er kannte die meisten Orte, die meisten Ruinen. Er war bei jedermann beliebt, weil er mit jedem und jetzt schon recht gut Italienisch sprach. Das ist nun alles dahin und wohin. Dieser Tod hat mir auf der einen Seite alle Sicherheit des Lebens genommen. Ich vertraue nicht meinem Glück, nicht dem Schicksal, nicht der Kraft der Dinge mehr. Wenn diese rasche, blühende, kraftvolle Lebenskraft so auf einmal untergehen konnte, was ist dann noch gewiss? Und auf der anderen Seite habe ich wieder auf einmal so unendliche Sicherheit mehr gewonnen. Ich habe den Tod nie gefürchtet und nie kindisch am Leben gehangen. Aber wenn man ein Wesen tot hat, das man liebte, so ist die Empfindung doch durchaus verschieden. Man glaubt sich einheimisch in zwei Welten. Es ist durch diesen Tod alles Verhältnis aus unserer Familie gekommen. Die Lee ist halb erwachsen, die anderen drei sind ganz klein. Dies macht nun auch natürlich eine Änderung in dem Bedürfnis eines Hauslehrers, von dem ich ihn neulich schrieb. Ich brauche jetzt durchaus einen anderen Menschen und die Hauptrücksicht muss jetzt Theodor sein, der erst sechs Jahre alt ist und noch wenig lesen und schreiben kann. Der Lee braucht man nur einzelne Stunden geben zu lassen und mit den beiden kleinen Mädchen ist es, wenn sie heranwachsen, derselbe Fall. Es ist mir also ein Mensch nötig, der mit einem kleinen Kind umgehen kann, der nicht gerade tiefe und gelehrte Kenntnisse hat, aber Vergnügen daran findet, in eine gewisse Mannigfaltigkeit davon einzugehen, um alles anzuspielen und zu sehen, wozu der Kleine, der geistreicher Talent- und charaktervoller, aber auch launischer und minder leicht längsam ist, als der Verstorbene hinneigt. Ich wiederhole zwar, mein teurer Freund, meine Bitte an Sie, allein ich fühle, dass Sie jetzt vielleicht noch weniger als bei meinem ersten Wunsch tun können. Ich lege Ihnen aber einen Brief an Fernow bei und bitte Sie, ihn, sobald er kommt, ihm abzugeben. Ich habe ihm Auftrag gegeben, sich auch, wenn er es für gut hält, an Bäcker zu wenden. Ich habe gedacht, vielleicht besser zu tun, auf einen jungen Menschen aus Schwaben zu denken, allein ich bin in Verlegenheit, an wen ich mich wenden könnte. Die Wohlzogen nennt mir zwar in ihrem letzten Brief einen, aber einem ganz unbekannten Menschen einen solchen Auftrag zu geben, ist geradezu unmöglich. Und ich kenne niemand als groß, mit dem es auch seine Bedenken hat. Grüßen Sie Goethe herzlich, mein teurer Freund, und Meier, auch Karolin und, wie sich von selbst versteht, die gute Lolo. Mit Meiers Freund Gmelin, der ein unendlich braver Mensch ist, war der verstorbenen Wilhelm besonders vertraut. Er ging alle Woche einige Male zu ihm und Gmelin liebte ihn sehr. Ich habe keine Stimmung, heute mehr zu schreiben, mein teurer lieber Freund. Leben Sie herzlich wohl und bedauern Sie Ihren armen Freund. Die Lie umarmt sie und alle innigst. Sie können denken, was sie leidet, aber sie hat sich mit außerordentlicher Stärke, Ruhe und Geistesgegenwart genommen. Theodor hat auch ein unangenehmes Nervenfieber, aber er ist außer Gefahr und in Besserung. Noch einmal Adieu und schreiben Sie mir recht bald. Ihr Humboldt